Wir sind jetzt bei Check-Check-Burger. Jetzt probieren wir die mal. Wir haben ja auch von einem anderen YouTuber, wo wir bei unserem letzten Landon-Trip schon eine gute Empfehlung bekommen haben, vom Lukas. Probieren wir jetzt hier mal den Check-Check-Burger. Und ja, eigentlich wollen wir mit Selfridges wieder unseren Burger essen, unseren veganen Burger. Aber diesmal habe ich ihn gerade gesehen und habe gesagt, Tanja, Schatz, komm, wir gucken mal hier rein und essen, probieren wir ihn jetzt mal. Ja, da seht ihr die Tanja. Die wartet da, muss da anstehen. Und der ist auch nicht klein. Also da seht ihr es nochmal. Check-Check steht da. Und Freize auch. Komm, jetzt. Ja, gut. Winkel, Winkel. Sehr gut. Klappt. Ja. Da kommt die Tanja mit unserem leckeren Burger. Zeig mal, was denn alles mitgebracht. Oh. Und die Burger sehen hervorragend aus. Ja, das ist mal entspannt. So, da wird jetzt puttert. Es geht los mit den Parmesan-Bummis. Da. Den fangen wir an und dann hier, ja, jetzt mal ein bisschen Foodporn. Hehehe. So, jetzt ist Futter. Probieren wir mal. Ging schon mal lecker. Ja, kann man essen. Muss mal gucken, was in dem Töpfchen drin ist. Was habe ich bezahlt? 47 Euro? Ja, 47 Euro. Das ist ja eine Geschichte hier. Was? Soll ich ein bisschen rüberrutschen? Ja. Und jetzt? Probieren wir mal in die Wanda mit den ganz vielen Eiswügel drin. Hier ist sie. Ja. So. So. Jetzt trinken. Ja, ist Futter. Hast du auch einen Doppelten? Ja. Das heißt, kann ich jetzt sagen, oder? Hast du denn? Das ist alles gut, Schatz. Ja. Man kann sowas ab. Menschen können sowas vertragen. Wenn man mit Schmutz in die Wohnung kommt. Ja. Okay. Ich habe viel reiche Mund. Soviel dann zum veganen Burger. Hehehe. Spann. So, jetzt mal weiter. Wie gesagt, so sieht er aus. Der erste Biss, der Tag war dein. Du hast getrüffelt. Ich hab' mal in die Linse. So. Wir sehen jetzt weiter. Und.. Ja. That's it.